ein ziemlicher fehl ich hätte nicht gedacht dass das so in die buchse geht ja hallo und willkommen zurück zu boom beach heute man nur mit mir ich wollte selbst übernehmen und ja wie ihr seht haben wir jetzt neue truppen und wir können meine runde durchstarten ich wollte aber als erstes weil nämlich das holzlager voll ist ein bisschen was bauen und ich hatte mir überlegt hier so ein gewehr auf abzugraden und das kostet 22.500 holz und 4500 steine das maschinengewehr auf level 7 und das machen wir im inno einbauarbeiter aber gut dafür können wir dann auf jeden fall schon wieder ein bisschen was verbraten ich gucke mal ganz kurz hier aufs handy damit ich sehe wie viel zeit ungefähr vergangen ist wenn ich aufgenommen habe die münzen sind auch voll ich weiß gar nicht inwieweit wir die dann gleich noch hier ausgeben können hier war natürlich irgendwo wo war denn noch mal das das sägewerk war das war das hier das mit dem verbessern ich muss da noch einmal zwischendurch ein bisschen natürlich mich rein finden hier sind natürlich noch sachen die man bauen kann schützsymptome gute reichweite und hoher schaden ach das ist noch neu krieger schnelle nahkampfeinheit regeneriert rp beim angriff dafür müsste ich das rathaus allerdings dann auch noch mal verbessern beziehungsweise das hauptquartier wo ich jetzt noch nicht unbedingt zu kommen der steinbruch läuft noch ach jetzt sind wir hier auf dem auf der basis beziehungsweise auf der weltkarte und ja ich würde sagen wir gucken einfach mal auf der weltkarte gibt es ja ab und zu schon mal den ein oder anderen schatz wie mir freddy gestern verraten hat um diamanten zu finden das ist jetzt aber gerade nicht der fall und von daher würde ich einfach vorschlagen dass wir uns mal einen gegner vornehmen die sind aber alle relativ stark jetzt hier das heißt wir nehmen einfach mal einen computer gegner also die menschlichen gegner sind sozusagen alle momentan ein bisschen stark wir nehmen mal hier so ein so ein dreizehner würde ich sagen und zwar bob oder bob gucken wir uns mal eben einmal an ja guck das sieht doch ganz gut aus da könnte man die leute von hinten dran locken und dann gucken ob wir das ding zerstört kriegen das machen wir einfach mal dann machen als erstes mal hier so da würde ich sagen das machen mit den granaten kaputt und im gegenzug setzen wir die viecher jetzt ab hier und locken die mit den signalfeuern hier erst mal hier außen hin damit die außen rumlaufen und gucken dann was war denn da gerade für eine bombe weiß ich jetzt gar nicht jetzt können wir sie im endeffekt schon aufs rathaus locken und dann haben wir hier noch mal so ein ding oder raketen ding ist er ist natürlich jetzt ziemlich tag da außen der kommt doch noch so weit ich hätte nicht gedacht dass er so weit ein radius hat das könnte natürlich jetzt schon fast ein fail werden ich weiß es nicht ich muss gucken inwieweit ich muss glaube ich mal die facecam ein bisschen drehen inwieweit sich das jetzt hier noch auswirkt das wäre natürlich blöd ich habe auch kein keine feuer mehr sonst hätten wir die noch mal eben hier weggelockt auf irgendwelche anderen sachen um noch ein paar münzen zu bekommen ich hätte nicht gedacht dass das ding so eine weite reichweite hat scheiße das wird natürlich jetzt schon wieder mega mega der fail eigentlich direkt für den anfang hätte man vielleicht besser nochmal nachgucken können ich hätte gedacht den kriegen wir also beziehungsweise ich hätte gedacht wir kommen außerhalb der reichweite da hinten hin scheiße dann geht das jetzt in die hose weil auch die kriegt das scheiße das ist echt kacke gelaufen jetzt weil am rathaus da tut sich quasi jetzt gar nichts ihr seht ja beziehungsweise an dem hauptquartier das war schon wieder eigentlich ein ziemlicher fail ich hätte nicht gedacht dass das so in die buchse geht aber gut man muss halt immer noch ein bisschen erfahrung dazu sammeln hätte ja auch klappen so gefällig zu ende natürlich niederlage ich habe nichts erhalten ist natürlich jetzt dann blöd gelaufen jetzt weiß ich gar nicht genau inwieweit okay wir müssen jetzt auf jeden fall die dinger neu bauen hier 10.000 dollar kostet das oder gold oder wie auch immer und wir machen das aber jetzt noch mal ein wenig als beschleunigung dass wir mal gucken können was da noch ansteht was passiert eigentlich wenn wir so ein baum hier machen dann brauchen wir erst ein level 11 hauptquartier um die bäume zu entfernen okay können wir eigentlich noch irgendwas bauen sieht nicht so aus ne ressourcenmäßig auf jeden fall nicht abwehr auch nicht wie ich das sehe und unterstützung landungsboot radar antenne bill tower arsenal da scheint auch alles momentan ausgebaut zu sein okay dann können wir uns noch mal einen kampf suchen den bob hat natürlich da könnte man natürlich jetzt einfach noch mal angreifen aber das wäre ein bisschen blöd ne was wäre denn wenn ich jetzt mal hier neuen gegner suchen warum geht das denn nicht mehr das ging doch gestern auch oder oder ist da jetzt quasi die kapazität von erstmal aufgehoben das kostet jetzt auch schon ein bisschen mehr als gestern noch ne alles klar dann gucken wir uns mal boom best hier an was die denn so kann ich weiß nicht irgendwie hat das gestern alles besser geklappt mit dem angemitte angreiferei die frage ist jetzt ob man die hier außen rumlocken kann nochmal zurück hier kann man nicht andere gegner suchen ne auch nicht verbarrikadiert erkunden wir mal haben wir da jetzt zwei strände über die man angreifen kann dann könnten wir natürlich über hier unser glück über links versuchen das testen wir jetzt mal und zwar wenn wir jetzt als erstes hier ne granate reinsetzen dann jagen wir die leute mal alle hierhin und machen unser signalfeuer da richtung den wald und gucken wir da ob wir dann hier eventuell das ganze ein wenig so das einfrieren dann können nämlich jetzt erstmal hier die ganzen sachen ein wenig weg snacken das klappt ganz gut glaube ich und ich könnte gegebenenfalls noch mal eine rakete nachsetzen und dann auch noch mal ein medikit um die sache da ein bisschen zu beschleunigen und hier in die ecke kommen auch noch mal schießen alter wenn wir zeug ohne ende also betäubung und noch mal ein medikit damit wir nicht so viele einheiten verlieren während wir das rathaus vernichten sieht doch ganz gut aus und dann haben wir es auch gleich schon geschafft guck mal da gar nicht mehr so ein fail also den ersten fail haben wir jetzt quasi wieder gut gemacht das sieht doch gar nicht so schlecht aus ein sieg war das ich erhalte eine medaille 5000 münzen 3000 holz 400 steine und zwei schützen haben wir verloren das ist jetzt natürlich nicht so tragisch was kosten die denn wenn wir die neu machen wollen beziehungsweise wie lange dauert es das ist natürlich jetzt die frage 600 und dauert zwei minuten und kosten ein diamanten die nehmen wir noch mal eben und suchen noch mal eben weiter damit wir noch einen angriff durchführen können ach jetzt habe ich nicht gespielt sondern sofort auf angreifen gedrückt das war natürlich clever von mir natürlich wie immer ich weiß nicht was diese dinge hier zu bedeuten haben aber die basis da vorne müsste auf jeden fall gehen und so ein komischen granatending das hat er auch gar nicht dann fangen wir damit mal an ich schieße jetzt hier in die mitte das hat natürlich jetzt nicht so viel gebracht wir versuchen mal uns außenrum zu nähern jagen hier noch mal zwei da kriegen wir den gar nicht kaputt diese so das dürfte jetzt gleich zerstört sein dann haben wir das dann das maschinengewehr geht auch und dann würde ich nämlich mal eben die beiden dinge hier neutralisieren und im gegenzug beim nächsten wenn der turm kaputt ist nochmal ach da oben ist das scheiß rad ding ist das müssen wir definitiv betäuben sobald hier der turm kaputt ist und das geht sechs ne aber dann machen wir medikit den habe ich natürlich schon wieder übersehen da oben den schweinehund im wald aber das mal kriegen wir sie das mal bin ich ganz optimistisch jetzt ist nämlich das hauptquartier gleich schon am arsch und dann haben wir es auch geschafft und da kommt noch was raus gehüpft sieg ich habe 6000 gold und einen grünen steinchen ein grünes steinchen dafür haben wir auch sechs schützen verloren passiert schon mal das würde ich sagen wir bauen das noch eben aus beziehungsweise reparieren das ganze und ab wann kann man denn dieses ding hier upgraden hauptquartier auf level 8 da braucht man wieviel 49.000 und 9.000 steine gut da haben wir eigentlich auch so einen arcadenwerfer haben wir nicht ne oder ist das der und den muss man noch ein bisschen aus upgraden dann zunächst ein hauptquartier level 8 ja ok also es sieht erstmal so aus als müssten wir bei gelegenheit mal unser hauptquartier erweitern beziehungsweise erstmal rund um die sachen natürlich wieder upgraden und dann wenn es soweit ist das hauptquartier und ja ich würde sagen das war es dann auch wieder für heute danke fürs zugucken bis zum nächsten mal und gebt noch mal um wenn es euch gefallen hat und schaltet wieder ein bei der nächsten runde boom beach Musik 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 Musik